Hi, ich bin Fabian Fischer, bin bei der Nexoma seit 2018 und seitdem für die Bereiche Sales, Marketing und Business Development verantwortlich. Unser Vortrag ist einfach super interaktiv. Es gibt keine Folienschlacht, es gibt Horst in Aktion mit Seifenblasen. Horst liest was vor und wer Horst kennt, weiß, er wird auch nur Vorträge besuchen, von denen er absolut überzeugt ist und deswegen müsst ihr auch. Ja, es ist tatsächlich mein erster Print-Day. Ich war bisher nur auf der Print-Partner-Konferenz. Der Print-Day hat glaube ich gerade in diesem Jahr sowohl mit dem Jubiläum als aber auch Post-Corona, wenn man das so sagen darf, für mich auf jeden Fall, die erste Veranstaltung wieder vor Ort, wo man mit Menschen in die Kommunikation geht und ich glaube der Print-Day mit der Organisation, die in den letzten Monaten davon standen gegangen ist, konnte man jetzt einfach gar nicht mehr verpassen, wenn man die Möglichkeit hat, dorthin zu kommen.